Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Kaiserslautern Dritte Liga 2019-2020, 13. Spieltag, Chemnitzer FC gegen RCFC Kaiserslautern Entgibnis 3 zu 1 Startelf von Chemnitzer FC Jakobhoff, Iter, Horenander, Rettemann, Milde, Bohl, Top, Müller, Mütka, Talik, Kari, Kiyah, Hossiner, R-70, Heiserslautern, Startelf Lena Grill, Dominik Schad, Kevin Krauss, Kogod, Kogod, Wald, Sternberg, Bachmann, Schickeniger, Tilly, Florian Pick, Scar Curtis, Christian Kuhle-Wetter Das war's von Chemnitzer FC gegen RCFC Kaiserslautern Uhrzeit 21 Uhr 2 A I I I I I